Warum, Verzeihung? Gut, gut, ich nehme deine Entschuldigung hiermit an. Sag mal, hättest du mich nicht anrufen können, um mir zu sagen, dass es später wird? Nein, ich war mit was sehr Wichtigem beschäftigt. Oh, bitte erspar's mir. Oh, nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Ja, ich frühstücke gar nicht mehr. Also, nur noch eine Tasse Kaffee und dann esse ich jetzt mittags was. So, einen kleinen Toast mit Rührei oder mit Putenwiener. Äh, ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Ich esse nur noch Gemüse und Obst. Naja, das ist auch eine sehr gute Sache. Neigt ihr Mann zu Gewalttätigkeiten? Okay. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder. Er war's nicht. Woher wollen Sie das wissen? Sie sagten doch selbst, Sie hätten den Täter nicht gesehen. Hier. Das lag in meinem Briefkasten. Das lag in meinem Briefkasten. Das lag im Briefkasten. Das lag in game. basiert wird mit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017